Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Custom Train Grand Prix Revolution. Weiter geht's mit dem Felspilz Cup und Tri-Coast. Der Felspilz tauchte erstmals in Mario Galaxy 2 auf. Lasst mich nichts Falsches sagen, ihr könnt mich gerne korrigieren. Und ja, da verwandelte sich Mario in Fels-Mario und konnte sich gegebenenfalls in einen Felsen verwandeln und dann nach vorne stoßen wie eine angestoßene Billiardkugel. Und Tri-Coast ist die erste Strecke hier in diesem Cup. Und wir spielen mit Rosalina. Ich mag zwar Schwergewichte nicht so, aber ich mag Rosalina. Warum die in Mario Kart Wii als Schwergewicht gilt, ist mir auch ein Rätsel. Die ist schnell. Ach, das sind Pfützen. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Turbostreifen. Lolsky. Also irgendwie ist es ein bisschen wüstenähnlich. Und Publikum mitten auf dem Steg? Oh, okay, nice. Die schwingt zu weit nach links wie nach rechts aus. Das gefällt mir nicht so. Also steuern kann ich mit der nicht gut, aber ich mag sie. Der würde ich auch mal gerne. Oh, Karten spielen. Mario Kart spielen. Mag ich doch. Nee, ernsthaft, Leute. Was hat es mit dieser Strecke auf sich? Sie wirkt ein bisschen verwirrend. Man hat extra sehr viele Pfeile eingebaut, aber die verwirren mich nur noch mehr. Irgendwie komisch. Da hinten haben wir einen Bildschirm. Wollt ihr mir schon wieder erzählen, dass das Ziel nicht funktioniert? Nee, oder? Wir sind über die Ziellinie gefahren. Das hat nicht gezählt. Danke. Hat man jetzt schon öfter diesen Bug, diesen Fehler. Naja, zur Strecke an sich. Irgendwie eine Wüste und man kommt um so ein Gebäude rein und so. Ganz nett. Ja, aber man kann sich nicht so richtig entscheiden, ob das eine Wüste sein soll oder ein Wald oder ein Erbswald. Jetzt zählt es, ey. Warum hat es nicht gezählt? Wegen dem Kugelwilli oder was? Sehr skurril. Ich weiß noch nicht, was ich von dieser Strecke halten soll. Da bin ich mal ganz ehrlich. Na, Luigi? Oh, Rosalina. Ganz groß. Sie wird groß rauskommen. Scheinbar. Oder auch nicht. Nicht einfach, die zu kontrollieren. Ja, ich mag die Ehre. Sounds. Na gut. Werde ich mal wieder als klitzekleine Aussätze. Und konzentriere mich mal drauf, die Strecke hier richtig zu bewerten. Na, man kann sich schon wieder nicht entscheiden. Das ist für mich der größte Kritikpunkt. Man kann sich nicht entscheiden, was so ein Abjent das sein soll. Aber es ist viel los und trotzdem nicht so überladen. Mit dem Bildschirm und so abwechslungsreich. Ja, ganz nett. Ach, wir haben auch mal eine alternative Route gewählt. Ja, ich glaube, die Schwergewichte mit denen sollte man nur spielen, wenn man die Strecke gut kennt. Jetzt weiß ich ja gar nicht so auswendig, wo die Kurve lang geht und, und, und. Aha. Ja, seht ihr? Ich kann das nicht kontrollieren, wenn da noch so ein Turbopilz kommt. Ich weiß auch nicht. Naja. Not bad. Okay. Ja, das sage ich auch zu der Strecke. Not bad. Okay. Ähm, die Strecke bekommt von mir die Note 2 minus. Okay. Wie immer eure Meinung in den Kommentaren auch erwünscht. Eure Benotung oder ob ich zu streng bin oder zu großzügig. Note 2 minus für, 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 Name vergessen. Try Coast. Die einzige Retro-Strecke in diesem Part, in diesem Cup, im Fels, Pilz, Cup, ist vom Super Nintendo. Bowser Castle 3. Ich kenne die Super Nintendo-Strecken natürlich, aber welches Castle das ist, das kann ich nicht so zuordnen. Ich gucke gerade mal. Ja, ja, ich kenne das. Natürlich kenne ich das. Der Boden wirkt so überladen, wenn es so anfängt, sich zu überlappen irgendwie. Und die Computer-Gegner bleiben da schon hängen. Na gut. Ja, damals war das auch ein bisschen schmaler auf dem Super Nintendo hier. Da bin ich nämlich auch anfangs hängen geblieben. Ah, damit haben sie mich überrascht. Aber ich bin trotzdem nicht in die Lava gefangen. Das ist gut. Ganz nett, ganz nett. So, ähm, ja. Ich habe das Gefühl, die Strecke wurde ein bisschen zu breit gemacht. Da kommt keine Super Nintendo-File auf. Ja! Juhu! Das ist eine Suchmaschine, mein Freund. War das hier auch, hä? Das war nicht hier. Also man versucht hier ein paar neue Elemente einzubinden. Ähm, mit den ganzen... Ja, mit diesen... Drei... Zack, mit dem Dreieck, möchte ich sagen. Aber das ist kein Dreieck. Ja, mit diesem Feuerdings und das, was da eben auch in der... Gegen Klarkeit wird. Oh, was geht. Ja, ich würde jetzt langsam wieder umsteigen auf Mario. Habe jetzt genug Charaktere ausprobiert. Weil es gefällt mir nicht, Charaktere zu fahren, mit denen ich vielleicht nicht so gut drauf bin. Ich habe schon das Gefühl, man kann sich hier mit, ähm, Rosalina, also generell jetzt so Rosalina, im Fahrstil, ähm, man kann sich mit der einspielen und dann auch richtig gut werden. Aber ich kann es nicht. Momentan. Ich bin halt mit Mario und mit Koopa bin ich halt am besten. Mit Mario halt wahrscheinlich auch, weil ich mit dem am häufigsten gefahren bin. Das wird der Grund sein. Uh, Achtung! Hehehe, nicht übel. Also, seht ihr? Die schwenkt mir zu sehr aus. Bei Leichtgewichten habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Und jetzt sind wir wieder hier. Ist das so? Bowser in seinem Wohnzimmer? Gut. immer so früh anfangen zu driften. Jetzt kriege ich es mit Positionen eingebüßt, ey. Naja, aber sonst gut, umgesetzt. Man hat sich Mühe gegeben, das bleibt festzuhalten. um die Strecke, also wenn es nicht wäre, wäre die Strecke viel langweiliger geworden. Also das eine oder andere, oder die Lava-Fontänen. Die gab es damals auch nicht. Nee, die gab es auch nicht. Dann wäre es Käse gewesen, also man hat versucht, so ein bisschen das schöner zu machen. Moderner. Und das ist schon aller Ehren wert. Und Stunts gab es natürlich auch nicht. Aber diese Rampen gab es. Du alte Rampen-Sau. Yoshi, die alte Rampen-Sau. So. Was soll ich denn da geben? Ich gebe da immer wieder die Note 1-, weil es ist gut umgesetzt. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, was man noch verbessern sollte. Aber trotzdem möchte ich keine Note 1 geben. Verstehen wir das? Ah, und habt ihr gesehen? Genauso war das damals auf dem sogenannten Nintendo. Eben war diese Rampe und ich konnte den Stunt machen. Und hinter der Rampe ist so ein Turbo-Streifen. Also es war damals, man musste über den, über die Rampe, dass damals keine Rampe war, sondern nur so ein, ne, so ein, so eine Holzlatte, quasi. Muss man drüber springen mit R. Oh, nah an sich, hallo. Und wenn man R dann halt, dann hat man den Turbo mitgenommen, statt über den Turbo zu springen. Hier ist aber irrelevant, da man ja eh einen Stunt machen kann. Nicht wahr? Okay, soviel zu den Retro-Strecken. Wir haben noch zwei neue Strecken und die werden wir uns jetzt genau anschauen. So, Leute. Zwei neue Strecken immer noch hier im Felspilz Cup Underground Sky. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Wir schauen es uns gemeinsam an. Ja. Simpel. Sieht simpel aus, aber der erste Eindruck. Oh, da hinten sieht schon mal nice aus. Also mal wieder so ein Kettenhund. Es kommt mir immer so vor, als wären das neue, es sind auch neue Texturen, so waren die. Aber ja, warum hat man jetzt den Dschungel, Dschungelmusik eingebaut. Oh, toll. Minuspunkt. Ne, ernsthaft, so Ecken? Wo man kaum sieht, ist echt ein Minuspunkt. Das darf nicht so sein. Das hat ausgesehen, als könnte man da rüberfahren. Und solche Stellen wird man in originalen Strecken von Nintendo niemals finden. Was ist denn hier los? Extremst. Jetzt sind wir da ganz unten, wo wir eben geschaut haben. Das ist natürlich eine schöne Idee. Das ist natürlich eine schöne Idee. Oh, hätte ich da hingebust? Oder? Ja, wenn alles so automatisch läuft, immer. Das fällt mir nicht so. Irgendwie. Hä? Ich verstehe das eigentlich gar nicht so gerade. Okay, man soll die Löcher meiden. Schon gecheckt. Aber er soll das riechen. Gut, okay. Hat ein bisschen was von F-Zero. Was ich ja auch Let's Played habe, aber dieses eine vierte Kapitel oder fünfte. Mit der, wo Captain Falcon eine Bombe auf dem Kleiter hat und dann auch so hoch muss und so Löchern ausweichen. Was soll das denn jetzt hier? Soll ich das riechen oder was? Mann, oh Mann. Da müssen wir auch... Wow. Das war knapp, ey. Awesome. Gottchen. Das awesome-Face. Ja, man hat so das Gefühl, das hätte man sauberer bearbeiten können. Hätte man können. Ich nicht. Muss ich immer wieder betonen, wenn immer wieder... Wenn immer wieder Leute sagen, noch bessere Strecken. Nein, kann ich nicht. Aber... Ich vergleiche halt. Und es gab schon wunderprächtigere Werke. Wunderprächtigere Werke. Diese Ecken. Kanten, da ist es ja unbeliebbar. Ey. Boah. Gleich vergesse ich mich. Was soll das denn? Ich bin immer noch erster. So, so, so. Mein Gott, ey. Pixelgenauigkeit alles. Ich würde sich ja schon runtergefallen sind. Das ist natürlich ein ganz schöner, das ist ganz nice gemacht. was so tief hinab geht. Woooo. Aber sonst... Jetzt benutze ich mal dich. Keinen besonderen Sinn und Zweck geben. Wir verpassen nur das Item. Na gut. Und mitten in der Luft die Richtungsänderung. Das ist natürlich so. Ohlala. Wenn die Computergegner scheinen hier stecken zu bleiben, oder? Wie muss ich das verstehen? Ich schätze. Jedenfalls können die mich nicht annähernd einholen. Die haben auch ihre Probleme da. Hat ein bisschen was von einem Vulkan. Hab's auch diese Vulkanstrecken da. Das ist blöd hier. Das ist richtig. Das ist sowas. Würde ich nicht sehen. Dass man da rauskommt und landet halt 30 Kilometer im Grün. Oder bleiben die Computergegner hier stecken? Nee. Komm, gib mir Schwung. So geht das. Also, ist es für diverse Strecken von Awesome. Für Mario Kart wie Custom Track und Revolution schon Pflicht Stunts auszuführen. Das war halt beim Original nicht so voll. Awesome. Der Kettenhund ist auch eher Deko, ne? Kann einen kaum erreichen. Hier wird es unzauber gearbeitet. Also, es gibt viele viele Kritikpunkte. Viele Nicklichkeiten, ne? Ding. So. Das geht steil back up mit der Karriere. Ja, also, wenn wir zur Wertung schreiten, ich würde sagen, so Not-3, ja? Das ist schon eine gute Idee und so. Ah, nee, bitte, lass mich noch. Lass es doch noch gelten. Aber es gibt so viele unfaire Stellen und so. Immerhin funktioniert die nächste Runde. Und das Ziel überquert, dass man in der nächsten Runde ist. Ja, und so Sachen hier, das muss man auch erst mal, klar, da ist man gefangen. sah halt erst mal so komisch aus, dass man eh hier so steil hochjumpt. Geil. Ja. Ah. Ist zwar ganz nett, wie wir da runter und hoch machen, aber jetzt gebe ich doch eine 3-. Irgendwie gefällt es. Ah, guck das hier. Ich gebe eine 3- für diese Strecke. Kann das Awesome Face auch nichts mehr machen. Die Würfel sind gefallen und sie stehen nicht mehr auf. Hey, wie sie gestöhnt hat. Nee. Ach, das war... Das war nicht sie, sondern die Mauer? Der Zaun? Naja. Also, wenn ich mich schon zu sehr auf Rosalina konzentriere, dann ist die Strecke doch nicht die Börner. Note 3- sehr originell, aber nicht so toll umgesetzt, wie man das vielleicht hätte machen können. Und damit weiter im nächsten Rennen. Ich glaube, das war schon das dritte Rennen, oder? War das schon das dritte Rennen? Dann kommt hier schon das vierte. Geht ja runter wie Öl. Generell muss ich sagen, Misty Runes. Nicht Mystic, sondern Misty Runes. Generell muss ich sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht, Mario Kart Wii Kost und Trencom Pre-Revolution aufzunehmen. Das ist eigentlich sehr locker und leicht aufzunehmen. Und ich weiß, dass es nicht lang werden kann. Also es gibt ja Sachen, wo ich dann sage, oder bei New Super Mario Brothers Wii 2 würde mich Wanschel level frustrieren. Aber das finde ich immer ganz gut. Oder Pokémon und Blutty Platin macht der Emulator nicht immer so mit. Was sind das hier für eine F... Also ob die starken gut sind oder schlecht sind, also aufnahmetechnisch, das geht runter wie Öl. Also das macht mir immer gut fun. Ziemlich verwirrend. Hallo. Oh nee. Das war so klar. Ich habe noch versucht zu bremsen, aber nein. Normalerweise bremst man Mario Kart auch gar nicht. Den Knopf gibt es zwar immer, aber das gibt es eigentlich gar nicht. Man sollte in der Regel fast gar nicht bremsen. Ja gut, auf dem Super Nintendo war das noch ein bisschen was anderes. Regenbogen Boulevard auf dem Super Nintendo. Aber aber hier naja. Runde zwei. Ja irgendwie positiv und irgendwie negativ. Die Strecke, ich weiß nicht, manche gehen nach links, manche nach rechts. Das ist irgendwie crazy und der Boden ist Kachel Parkettboden, möchte man meinen. Ich habe doch nicht gesagt Parkettboden, ich habe gesagt Parkettboden. Gab es irgend so einen Comedy Sketch, kennt ihr das? Wo halt der ganze Boden mit Parkett ausgelegt ist. Und der Sachse halt ich habe doch nicht gesagt Parkettboden, ich habe gesagt Parkettboden. Naja. Soviel dazu. Da scheint es eine Abkürzung zu geben, da kommt so ein komischer Weg andauernd immer raus. Ja, macht schon einen bunten Eindruck, ganz nett und so, aber hier rast man auch. Wow. Kann man vor allen Dingen sehr gut Fakeboxen legen, habe ich gerade gemerkt. Und bin ich total verblödet? Ich habe eben im Augenwinkel so ein McDonald's Zeichen gesehen. Oh Gott. Ist doch so, überall welches Land auch man hinkommt, überall gibt es McDonald's Zeichen. Das fehlt noch hier in den Custom Tracks. McDonald's Zeichen oder Burger, Burgerstrecke oder sowas. Okay, was wollen wir denn dieser Strecke hier geben für eine Erwertung? Achtung, geh in die Luft. Wow. Wow. Auf viel auf einmal. Ich gebe nur zwei Minus. Ich gebe nur zwei Minus. Das ist ein bisschen bizarr, aber es macht einen guten netten Eindruck. Auch wenn man die eine oder andere Stelle ein bisschen zu fies ist. Aber hey, was soll's. Zwei Minus. Insgesamt ist das schon nice. Habt ihr auch angefangen in den Kommentaren nicht nur den Streckennoten zu geben, sondern eine Gesamtwertung für den Cup. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber jetzt werde ich es nicht mehr ändern. Sonst hätte ich es wohl auch gemacht. Tja, Rosalina, das war dein Part. Gebt einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part mit neuen Strecken. Nicht verpassen, Leute. Bis dann und Ciao. Ciao.